Willkommen zu den Lockdown-News. In dieser Woche berichte ich von dem Urteil zum Berliner Mietendeckel und der Antwort der Berliner MieterInnen darauf, von Ausgangssperren und den Protesten dagegen und von einem Rückblick auf zwölf Monate KurzarbeiterInnen-Geld. Zuerst blicken wir nach Berlin, denn der Berliner Mietendeckel ist ab sofort nicht mehr gültig. Der Sonderweg Berlins wurde von den RichterInnen in Karlsruhe für nichtig erklärt. 284 Bundestagsabgeordnete der Union und FDP hatten mithilfe einer Klage gegen den Mietendeckel Erfolg. Perspektive-Autor Felix Thal hat dafür einen passenden Begriff gefunden, Klassenjustiz. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel aufgehoben. Deswegen müssen sich BerlinerInnen und Berliner nun fragen, ob sie selbst in den Urlaub fahren können oder den Urlaub ihres Vermieters finanzieren müssen. Denn VermieterInnen können nun Mietrückstände, die durch den Mietendeckel von 2019 entstanden sind, wieder zurückfordern. Die Ausbeutung von MieterInnen, die Verarmung durch extrem hohe Mieten, die zunehmende Verdrängung durch Gentrifizierung, also Aufwertung des Viertels, Viertels oder Kiezers und die Gefahr von Zwangsräumung bzw. Obdachlosigkeit bleiben höchstrichterlich garantiert. Mit dem Mietendeckel wurde die Arbeit des Immobilienkapitals in Berlin für einen kurzen Moment verlangsamt. Durch den Entscheid aus Karlsruhe kann sie nun wieder Fahrt aufnehmen. Dass der Mietendeckel für nichtig erklärt wurde, zeigt, dass kleine Reformen von heute auf morgen durch die Herrschenden gekippt werden können und den ArbeiterInnen auf die Füße fallen. Echte Alternativen, um den Wohnungsmarkt in Berlin und ganz Deutschland für MieterInnen etwas sicherer zu gestalten, wären die Enteignung und Entmachtung der großen Wohnkonzerne. Die Entscheidung der Karlsruhe Richter macht folgendes deutlich. Mieterinnen und Mieter können sich auf die Justiz nicht verlassen. Sie ist eine Klassenjustiz, bei der die ärmeren Teile der Gesellschaft für den Wohlstand der Superreichen zur Verfügung stehen müssen. Wir wollen hingegen in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen nicht ausgebeutet oder von ihren VermieterInnen gegängelt werden. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der jeder Mensch einen angemessenen Platz zum Leben und Wohnen haben kann. Ein Leben, in dem wir ohne Existenzängste abends ins Bett gehen können. Die Notwehrmaßnahmen der ArbeiterInnen sind klar. Selbstorganisierung in der Nachbarschaft und die Einrichtung von MieterInnenräten, entschädigungslose Enteignung der großen privaten GrundbesitzerInnen und WohnungseigentümerInnen und die Einführung eines Grundrechts auf Wohnraum. In Berlin fand bereits am Abend des 15. April eine Demo gegen die Entscheidung aus Karlsruhe statt. Innerhalb weniger Stunden wurden mehrere 10.000 Menschen mobilisiert. Ein guter Anfang, um den Mietendeckel selbst in die Hand zu nehmen. Weiter zu den Ausgangssperren. Der aktuelle Entwurf der Bundesnotbremse sieht unter anderem eine automatische Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens vor, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt. Laut dem ARD-Deutschland-Trend ist der Rückhalt für diese Maßnahme jedoch verhältnismäßig gering. Nur 51 Prozent der Bevölkerung halten Ausgangssperren für richtig, 46 Prozent für falsch. Das ist einer der schlechtesten Werte überhaupt für Corona-Maßnahmen. Derweil verteidigt Kanzlerin Merkel bei der Debatte im Bundestag die bundesweiten Ausgangssperren. Die Vorteile dieser Maßnahme seien größer als die Nachteile. Es gehe vor allem darum, abendliche Bewegungen von einem zum anderen Ort zu reduzieren. Während im Parlament Streitereien über Feinheiten das Tagesgeschäft bestimmen, wird die Ausgangssperre mancherorts bereits verhängt. Und in Stuttgart und Köln, wo es die Ausgangsbeschränkungen bereits gibt, gab es auch Proteste dagegen. In Köln folgten rund 250 Menschen einem Aufruf, in dem es hieß, nach mehr als einem Jahr Freizeit-Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Masken tragen und Abstand halten, sollen nun im Rahmen der Bundesnotbremse Ausgangssperren verhängt werden. Die Stadt Köln will dabei Vorreiterin sein und hat diese Ausgangssperren schon in Freitag in Kraft gesetzt. Nirgends ist die Einsteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie im Freien. Noch dazu in den Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr, in dem nicht einmal 10% der täglichen Kontakte mit anderen Menschen stattfinden. Eine sinnvolle und effektive Pandemiebekämpfung müsse dort ansetzen, wo die meisten und wechselnden Kontakte stattfinden, auf der Arbeit und dem Weg dorthin. Deswegen forderten die TeilnehmerInnen gemeinsam, schließt endlich die Betriebe auf Kosten der Reichen, statt die Bevölkerung ab 21 Uhr zu Hause einzuschließen. Die vereinzelten Corona-LeugnerInnen, die gekommen waren, um den Protest zu stören, konnten die TeilnehmerInnen nicht aus der Ruhe bringen. In Stuttgart waren die Auseinandersetzungen etwas größer und nicht vor allem mit Pandemie-LeugnerInnen, sondern mit der Polizei. An ihre Kundgebung, auf der rund 300 Personen effektive Pandemie-Maßnahmen statt dauerhafter Gängelung der Bevölkerung forderten, schlossen sie eine spontane Demonstration an. Auch während dieser haben die TeilnehmerInnen Masken getragen und Abstände eingehalten. Daran wurden sie gehindert. Eine Hundertschaft setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die TeilnehmerInnen zusammenzudrängen. Gegen 50 Personen gab es Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre. In beiden Städten ist erneut der Protest angekündigt und viele weitere Städte schließen sich an. Zuletzt ein Rückblick auf zwölf Monate Kurzarbeit. In den letzten zwölf Monaten wurden von der Bundesagentur für Arbeit insgesamt 29,6 Milliarden Euro KurzarbeiterInnen Geld an Unternehmen ausgezahlt. Das ist fast 150 Mal so viel wie im Jahr zuvor. Es ist Geld, das die ArbeiterInnen erwirtschaftet haben und den Unternehmen zugutekommt. Diese schütten trotz der Unterstützung weiterhin Dividenden der Nationellen aus. Das Kurzarbeitergeld wird von der Politik regelmäßig als entscheidende Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit angepriesen. Doch der Preis ist hoch. In den zwölf Monaten von April 2020 bis März 2021 wurden von der Bundesarbeitsagentur insgesamt 29,6 Milliarden Euro für Leistungen bei konjunktureller Kurzarbeit ausgegeben. Das geht aus einer Aufstellung des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe hervor. Doch was ist eigentlich das Kurzarbeitergeld? Voraussetzung für dessen Gewährung ist, dass einem Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis ein vorübergehender und unvermeidbarer Arbeitsausfall entsteht und das vorhandene Arbeitszeitguthaben vollständig abgebaut wurden. Also, dass der Betrieb seinen ArbeiterInnen keine Arbeitsaufträge geben kann. Die Bundesagentur für Arbeit erstattet in diesem Fall 60% bzw. 67% bei Kindern des Nettoverdienstausfalls der ArbeiterInnen. Dieses Kurzarbeitergeld wird aus der Arbeitslosenversicherung finanziert, in die normalerweise sowohl ArbeiterInnen als auch UnternehmerInnen jeden Monat 2,4% des Bruttolohns einzahlen. Zusätzlich werden jedoch seit März 2020 nun darüber hinaus für die Kapitalseite deren fälligen Beiträge zur Sozialversicherung vollständig übernommen. Bezogen auf die aktuellen Regelungen wird damit das KurzarbeiterInnen-Geld im Wesentlichen durch die ArbeiterInnen selbst bezahlt. Es ist also eine massive Entlastung der Unternehmen. Aus diesem Grunde fordern immer wieder Initiativen, dass das KurzarbeiterInnen-Geld zu 100% von den Unternehmen finanziert werden sollte. Eine Analyse der Weltwirtschaftskrise 2008-2009 zufolge wird das Kurzarbeitergeld deutlich überproportional von großen Industriebetrieben in Anspruch genommen. Das läge insbesondere daran, dass der bürokratische Aufwand von großen Unternehmen besser bewältigt werden könnte. Auch wenn in dieser Krise sicherlich der Anteil etwa im Gastgewerbe und im Touristiksektor größer sein dürfte, große Konzerne machen noch immer einen Löwenanteil aus. Das zeigt sich beispielsweise beim Autokonzern Daimler. Dieser hat mit 700 Millionen Euro als einzelner Konzern fast 3% des insgesamt ausgezahlten KurzarbeiterInnen-Geldes eingesammelt. Das waren die Lockdown-News für diese Woche. Wenn euch das Format gefällt, dann teilt das Video gerne und wenn ihr konnt, dann überlegt auch Perspektive Online finanziell zu unterstützen. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.